ja Leute was geht und willkommen zurück zu Unravel 2 Kapitel 2 Versteckspiel in dem wir auf der Suche nach Sicherheit und Gesellschaft sind okay bin gespannt ja ich hoffe wir stehen uns nicht so doof an wie in der letzten Folge und jetzt so so Woh, wooh, was das? Ah, gut. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sind hier. Ja, wir sind hier. Ja, aber Moment. Ich muss hier bekommen irgendwie. Lalalalalalalala. Okay. So. Das war's aber komplett. Brücke bauen. Ah, er war zu und jetzt. Ja, ich bin noch nicht so begabt bei diesem Controller. Ja, ich bin noch nicht so begabt. Zum Glück musst du auch mitabreden. Ja, das, ähm. Ah, auch. Ah, ja. Ah, eine muss runter, ne? Ah, perfekt. Ah, ja, das haben wir jetzt wieder gut gemacht, ne? Hä? Die scheiss Rohr. Ah, jetzt. Haha. Ach komm, Alter. Ah. Ah, okay, 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 okay. Ähm. Ich glaube, ich weiss, dass... Ja, nicht so. Jetzt geht doch hier rüber, Junge. Ah. Ich hab dich nicht gehalten. Gut. Wir müssen... Einer muss dort bleiben, weil das ist der Rutschig dort. Einem Wasser. Ha. Ha. Huiii. Geil. Nein. Was nein? Nicht in der Ball. Nicht in der Ball. Oh nein. Und ab rein. Hier. Oh. Und schau. Ach du Scheisse. Ach. Okay, Moment. Moment. Du Gäste. Das hier belasse ich dir. Da werden wir noch ein paar mal stecken. Nein. Ja doch. Warte, 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 warte. Nein, Moment. Äh. Da hab ich das. Warte, 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 warte. Man kann's doch so machen. Aber es wäre gerne hier oben noch hin kämen. Hä? Nein. Ich glaub, es ist eigentlich gelöst. Hä? Ah. Ich, ich, ich kann's mir holen. Schwingen. Schwingen. Mach doch doch alle Blöcke. Ja. Ah, leck mich doch. Okay, komm, scheiss auf dieses Glitzer-Ding halt. Ich sag's dir. Lalalala. Lalalala. Seinlassen. Ja. Weil, wir kommen eh nicht hoch. Okay, komm, later. Äh, okay. Ja, gut. So kann man's auch machen. Können wir da? Nein, müssen. Oh, wow. Oh, okay. Was passiert jetzt? Scheisse. Ah, okay. Tag, tag. Ah, ah. Nee. Du kannst dann noch von sonst auf mich drauf. Hö? Hö? Was? Was? Gedrückt halten. Da. Da. Dankeschön. Achtung! Uäh! Ah, gut. Ich hab's hier gespeichert. Okay, warten, warten, bis der runter kommt. Dann kann ich bis hier hin. Perfekt. Jetzt da. Oh, Achtung. Einfach genau, wenn sie da sind. Ein, zwei, jetzt. Gut. Oh Mann, jetzt hab ich... Du wachst immer noch auf laut. Ja, scheisse. Warte, 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 warte. Du musst hier. Huch! Schau, schau, schau. Warte, 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 warte. Wenn sie da sind, musst du zuerst oberunsinn. Warte, warte. Jetzt. Oha. Das war Teil. Ähm. Ah. Ja. Huch, in dem Fall. Ja. Das ist wieder komplett. Ich habe das falsch gesagt, ich habe ein, zwei, jetzt ein, zwei. Ich komme zum Kontrollen noch nicht so klar. Jei. Jei, ne? Mach ein, zwei. Junge, kletter doch hoch. Du spasst. Ja, oder so. Ich gebe sicherer Art. Oh, Achtung, Achtung. Ja. Ich habe gesagt, Achtung, ich springe selber rein. Warum springe ich eigentlich rein, müssen wir ja gar nicht. So. Ähm, okay, Moment. Warte, ist das? Schwingen! Aha, ja. Ja, lol. Ich habe mich nicht mal gehalten. Hahaha. Okay, was geht ab? Ähm. Nee, anderes hat auch noch Wandsprung gemacht. Aha, okay. Doch. Weil sonst kommen wir hier ja gar nicht. Okay, weg! Ah. Ah, perfekt. Komm! Hör! Ja, und ich? Ich... Ich finde... Ich finde es geil. Es ist mal was... Was ganz anders. Das ist ein altes Game. Es ist eigentlich die Grafik nicht schlecht, Mann. Ja. Das war auch noch wieder komplett für uns. Oha, Tauben, Tauben. Das ist voll geil. Ja, lol. Auch das Wasser, Alter. Mit dir. Ah, nein. Das ist keine Sequenz, aber kommen wir weiter, ne? Ja. Die sind sich dort noch im Verstecken, immer noch. Nee, ich mache da halt etwas so. Oh. Ja, oder da? Hihi! Nein! Nein! Schwingen! Aha! Wir sind weniger Fasern. Hä? Komm! Ich ziehe dich doch hin, Alter! Ich verliere Fasern! Aha, falscher Knopf. Ah! Ne, Moment! Brücken müssen wir doch bauen, oder nicht? Ja. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nein, nein, für was? Doch, dass du überhaupt drüber kommst. Hä? Das hat... Ah, dass wir dort... Hier... Ich komm gar nicht weiter, so... Ah nein, ich hätte mich gar nicht gemacht, ich müsste mich hier nur schwingen. Ja, aber nicht da! Nee, ich guck mich weiter aus. Oh ja! Oh ja! Moment, jetzt habe ich auch das Gefühl, dass wir eine Brücke bauen müssen. Aber warte! Nee, aber Moment, Moment, ich muss ja zuerst, irgendjemand muss ja hier hochkommen. So, jetzt kannst du ihn dort reinschieben. Ich muss an dich wandern. Ah, scheisse! Das habe ich gar nicht gesehen hier. Ja, perfekt so. Und hier habe ich das Gleiche, aber unten muss ich irgendwie hochkommen. Jetzt musst du ihn wiederholen. Ja, das hilft. Warte, mach doch keine Brücke, sonst komme ich nicht mehr durch. Jetzt ist er schräg. Was machen wir jetzt? Was? Kommst du da durch? Schräg. Oh, nein, nein! Ich hoffe, den brauchen wir nicht mehr. Schräg. Schräg. Nein. Wieso sparen? Jo! Einen musste ich schwingen, habe ich das Gefühl, dort oben drauf. Warte, warte, warte. Aha. Ah, und jetzt? Ich? Nein. Oder bist du? Geh doch! Hallo! Hallo! Ah, ich halte dich genug! Ich komme jetzt schon einfach. Ja, das war's, ähm. Komm. Haha. Oh, okay, jetzt wird's lustig. Oh mein Gott, jetzt müssen wir durch hoch. Ach du Scheisse. Ja, ich bin oben. Perfekt. Aber jetzt muss... Jetzt muss... Du dich doch rüber... Schwing dich rüber! Oder soll ich? Nein, ich mache das, aber du hältst mich nicht mehr. Ich mache das. Ach du Scheisse. Hallo? ja ich habe okay dass zwar krass und beobachtung es geht jetzt auch Was ist das denn jetzt? Gut, habe ich. Perfekt. Wenn ich für was die gut sind dafür. Warte, ich mache das noch. Warte, ich mache das noch. Bye bye. Perfekt. Erstmal. Oh. Ich bin. Warte, hier mit der Skate. Zurück. Ah, okay. Geht doch auf diesen scheiß Balken. Perfekt. Ich habe gerade den Kopf angeschlagen. Ja, moin. Ja, moin. Arschwingen. Das geht der Skate gar nicht. Nein! Wow, das war echt geil! Ich habe mich nicht gesehen. Wooh! ähm ich bin nicht dumm an Das wäre echt gar nicht so schwierig. Geh. Junge, was... Enter! Jetzt werde ich fast wieder runtergesprungen. Jo. Bruder! Schnell! 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 Ich weiß nicht... Ja klar. Ach so, hält das unten? Ich rücke bauen. Was mache ich? Oh mein Gott, war das jetzt knapp. Alter, aber dieses Kapitel geht lange. Ähä. First try or half? Ich auch in den Gedanken. Ja, gut. Brücke bauen ist klar. Ja. Das ist geil, jetzt komme ich nicht mehr hoch, weil du die Brücke weggemacht hast. Du kannst mich an mir halten. Aha, ja scheisse. Ja. Ui. Oh ne. First time I get down. Haha. Ich lage die Glücke bauen. Nee. Steh auf. Ah. Woah woah woah. Okay, das war jetzt. Ah, okay. Moment. Ich sehe es. Da. Ja, nicht so wie ich, aber... Ich bin voll gut. Ach ne. Was darf denn? Ah. Scheisse. Ich habe nicht gesehen, dass du da hinten gehst. Muss man nicht schwingen hier? Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass du da hinten gehst. Okay. Ich denke schon. Dann gehst du sonst nicht. Mal. Tag, Tag. Tag, 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 Tag. Tag, Tag. Tag, Tag. Okay, Tag. Dann mach. Was mach? Warte mal, dass du keiner vorrustest. Oh mein Gott. Jetzt loslassen. Ah, Moment. Ja nein, es geht noch weiter. Geil. Ja. Nein, das hört sich nicht gut an. Ah, an. Okay, ich gehe schon runter. Ich muss drüber schwingen. Du musst drüber schwingen. Moment. Alter, wirst du mich eigentlich wachsen, Alter. Fast. Hm. Okay. Gut. Wow. Jetzt, wenn du runter springst, lass ich los. Nein! Nein! Was mache hier? Alles. Perfekt. Nein. Loll. Zuerst du das? Ja. Ich muss nachflügt. Das muss nachflügt. Wir müssen nachflügt. Okay. Wir müssen nachflügt. Und jetzt? Aha. Kommt mal, kannst du dich rausziehen? Aber nicht so. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Was ist das? ich glaube das war kapitel 2 würde ich mal behaupten ja wir gehen in den lüchtern so mal gucken wo es die tore öffnet ja da komme ich wieder raus da war kapitel 2 ah ok ja jetzt hat es was mit diesem dort oben muss das irgendwie wie ein lift sein moment kommt man mit das ist alles eine herausforderung worte worte war was gottepack kommt machen zuerst die hauptgeschichte aus worden können wir dann immer noch mal in einem speziellen park machen nein nein das will ich jetzt nicht mehr warte ich mach da jetzt schiebt dort mal was andere seite das lief ich glaube da mache ich in der nächsten folge weiter leute bei kapitel 3 frosch perspektive ok was das kann lustig werden noch habe ich das gefühl wenn es euch gefallen hat daumen hoch lassen abo da und sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin haut rein ciao bis dahin haut